Guten Morgen und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat die Euphorie vom Wochenstart nicht in den Dienstag hinüberretten können. Der DAX begann den Tag gestern dann bereits mit Verlusten und rutschte auch immer stärker ab. Am Ende lag er bei 13.288 Punkten. Das ist ein Minus von knapp 0,9 Prozent. Blicken wir mal nach Frankfurt an dieser Stelle zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen Franzi, damit sind wir wieder in die altbekannte Range zurückgefallen. Wie könnte es denn heute jetzt für den DAX weitergehen? Ja, in der Tat, es fehlt aktuell an Aufwärtsdynamik. Wir sind, ich nenne es mal, in dieser Komfortzone unserer zuletzt immer wieder gesehenen Handelsspanne zurück zwischen 13.100 und 13.300 Zähler. Aber innerhalb des Jahres hat der Deutsche Leitindex ja schon mächtig an Boden gut gemacht und somit werden viele Investoren hier einfach auch eben nachgewinnen direkt ihre Gewinne realisieren und einige Investoren haben eben auch schon ihre Bücher geschlossen. Wir rechnen damit, dass der DAX heute zur Wochenmitte einmal mehr etwas schwächer in den Handel starten wird, allerdings nur moderat mit rund 0,2 Prozent. Wirft mal einen Blick auf die Vorgaben, ist da eben auch nicht mehr der ganz große Schwung drin. Der Nikkei geht mit einem Minus von einem halben Prozent aus dem Handel. Hang Seng und Shanghai Composite ebenfalls moderat im Minus. Und beim DAO auch da hat gestern die Aufwärtsdynamik gefehlt. S&P 500 und Nasdaq, die nochmal mit neuen Rekordwerten. Beim DAO hat man das verpasst. Am Ende ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Aber eben auch der DAO auf Jahressicht ja über 20 Prozent im positiven Bereich und von daher auch da jetzt fast schon so ein bisschen, ja, Jahresschlussstimmung angesagt. Dann vielen Dank für den Überblick nach Frankfurt, Franziska. Soweit der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Natürlich folgt an dieser Stelle unsere Marktidee. Heute ist dies Carl Zeiss Meditec. Bei Carl Zeiss läuft es derzeit rund. Die Aktie war gestern zweitstärkster Wert im MDAX und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Aus technischer Sicht sind die Aussichten weiter positiv. Allerdings darf der Kurs auf Tagesschlussbasis nicht unter eine bestimmte Marke rutschen. Welche dies ist, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder an dieser Stelle mit Ideas Daily TV. Bis dahin, auf Wiedersehen.